Und jetzt kommen wir zum nächsten Redebeitrag. Jutta von Aktion Agra. So, hallo. Ich habe eben nochmal die Info bekommen von einem Einheimischen. Es wird hier immer um 16 Uhr der Sonntag eingeläutet. Jeden Samstag immer um die Zeit und immer so relativ lang. Aber vielleicht kann man es auch interpretieren, dass es so ein bisschen ein Mahnläuten gewesen sein könnte, dafür, dass so viele Menschen, so viele Tiere, so viele Bauernhöfe draufgehen bei diesem Billigfleischsystem. Und dann war es ganz schön stark. Ich habe zwei kleine Geschichten mitgebracht. Die eine kleine Geschichte, für mich ist heute der achte Tag draußen auf der Straße. Wir sind letzte Woche losgefahren und wir waren unterwegs im Oldenburger Münsterland, um überall an den Hotspots der Tierindustrie auch kleine Zeichen zu setzen, auch Gespräche zu führen und ein bisschen zu erfahren, was hier in der Gegend passiert und auch wie Menschen sich wehren. Das war sehr, sehr spannend. Wir waren zum Beispiel letzten Sonntag in Saaterland-Friseute. Da wird gerade die größte Biogasanlage Europas gebaut. Da ist eine riesige Baustelle schon, obwohl es noch keine Baugenehmigung gibt. Und obwohl dort viele Menschen dagegen streiten, ein Bürgerentscheid erfolgreich Nein gesagt hat, zu einer Anlage, die bedeuten wird, dass die Tierindustrie in dieser Form über viele, viele Jahre weiter zementiert wird. Wir waren unter anderem in Kloppenburg, haben tolle Gespräche geführt und haben erlebt, wie viele Menschen sich hier in der Gegend auch Gedanken machen, wie es eigentlich weitergehen soll. Wir waren am Dienstag in Emstig, da ist mit dem riesigen Schweineschlachtkonzern Vion ein Unternehmen, was jede Woche, Woche für Woche 60.000 Schweine schlachtet und zerlegt und durch die Gegend transportiert. Lokale informierte Leute haben uns erzählt, im Augenblick haben die Engpässe und importieren Schweinehälften aus Spanien, um hier die ganzen Kapazitäten auszulasten. Und wir waren am Donnerstag in Wiesbeck-Rechterfeld, dort war im letzten Jahr die Aktion von GGT. Wir haben dort bei dem Mega-Tierfutterwerk eine Demonstration gemacht, eine kleine zum Thema Teller statt Trog, weil dort, das ist nur eines von vielen Werken hier in der Region, Mega alleine pro Jahr 1,2 Millionen Tonnen Tierfutter mischt. In einer Situation, wo wir wissen, dass aufgrund des Klimawandels, aufgrund furchtbarer Dürre in immer mehr Regionen der Welt der Zugang zu Nahrung unerschwinglich wird und wir als Menschheit uns endlich überlegen müssen, wie wir das weitermachen wollen. Für uns eine ganz intensive Woche mit vielen intensiven Begegnungen, Aktion Agrar und das Bündnis Wir haben es satt, waren zusammen unterwegs. Und genau, war für uns auch absichtlich eine Aktion vor eurem Camp und eurer Demo, um möglichst viel ins Gespräch zu bringen. Es gab auch viele Zeitungsberichterstattung und viel Wahrnehmung. Das war der erste Teil. Und jetzt der zweite Teil der Geschichte. Wir haben schon, bevor wir losgefahren sind, recherchiert. Ich weiß, ihr habt das auch gemacht. Es gibt auch von GGT eine tolle Karte. Wir haben eine Karte gestaltet, die zeigt, wie die Fleischindustrie hier in der Region vernetzt ist, also Oldenburger Münsterland, die beiden Landkreise Vechta und Kloppenburg. Wir haben aufgetragen, wo welche gigantischen Fleischindustrie, vor- und nachgelagerte Industrie, heißt es dann ja auch immer, was noch dazu kommt, wo die zu finden ist. Und die Karte verteilen wir seit einigen Monaten munter. Wir gehen dann mit der Fleischindustrie aber wirklich auf den Keks. Wir haben jetzt eine Klage. Wir werden vor Gericht gezerrt. Am nächsten Mittwoch ist eine Verhandlung in Braunschweig, weil der Verbund Oldenburger Münsterland uns verbieten lassen will, diese Karte noch weiter zu verteilen. Ganz besonders furchtbar finden Sie, dass wir das Logo vom Oldenburger Münsterland, OM heißt es, das haben wir zu OW gemacht und auch noch zu viel Vieh in den Untertitel genommen. Am Mittwoch wird es spannend, ob wir diese Karte weiter verteilen dürfen. Wir setzen da drauf, dass Meinungsfreiheit vor Fleischindustrie gehen muss. Und wir freuen uns, wenn ihr das mitverfolgt. Und wir freuen uns, wenn ihr heute diese Karten auch noch in die Hände nehmt und weitergebt. Vielleicht dürfen wir sie ab Mittwoch nicht mehr verteilen. Ich hoffe aber, dass es damit weitergeht. Johannes ist unterwegs und verteilt die. Ihr findet sie unter aktionenagrar.de auch im Internet, sowohl zum Download als auch zum Bestellen. Und wenn ihr fix seid, bestellt sie noch, weil wir können im Worst Case ab Mittwoch auch keine mehr verschicken. Das heißt, jetzt oder nie. Oder wir gewinnen und dann können wir damit noch viel weiter arbeiten. Danke euch. Es ist cool, dass ihr alle da seid und cool, dass ihr demonstriert und am Ball bleibt.